Ja, Hallöchen Leute! Willkommen zurück bei Nessie oder so! Haha! Ja Leute, ich hatte ne Geschlechtsumwandlung und jetzt bin ich männlich! Oder? Ja, oder ich bin schizophren geworden. Ja, oder schizophren. Also ihr hört jetzt genau nur eine einzige Stimme und zwar, das ist Nessie und sie hat jetzt zwei Persönlichkeiten. Das ist viel besser und so, dann kann man nämlich bessere Let's Plays machen. Man hat zwei Persönlichkeiten und das ist immer viel cooler mit Sven. Mit Sven, genau, ja. Das wollte ich auch sagen, ne? Und was solltet ihr so gemacht? Ähm, geschlafen. Also das gleiche wie ich, weil wir ja ein und dieselbe Person sind. Und ich kann auch einfach in deine Sätze sprechen, weil ich... Hallo, ich bin Nessie, ich kann's halt, ne? Ja. Also ich geb dir recht, du hast unbedingt recht. Was geht denn so ab in Skyrim gerade? Skyrim, ich bin gerade im Kreis gelaufen und Sven ist mir gefolgt und da war ein kleines Kind und hat uns ausgelacht. Ich weiß auch nicht warum und hier sind Wachen. Sven ist voll böse. Oh, wie krank. Sag Sven mal Hallo von mir. Was soll ich machen? Du sollst Sven mal Hallo von mir sagen. Mich lauert gerade so ein komisches Kind vor. Ich hab gerade nicht verstanden, was das wollte. Ich fürchte, das kann ich nicht, was? Ähm, aber sicher, Fokus, Fokus, ihr seid unsichtbar, was auch immer. Ihr seid unsichtbar, was auch immer. Ich meine, ich würde sagen, als wäre ich immer noch hier. Also er ist jetzt unsichtbar, wir sehen ihn nicht mehr. Ihr könnt mir ruhig glauben, ihr seid unsichtbar. Glaubst du, das Kind lügt uns an? Nein, wir lügen es an. Oh, cool. Oh, es macht jetzt bestimmt ganz tolle Sachen. Ja, dann hau doch ab. Danke. Hä? Wie spät ist es eigentlich? Wie spät ist es? Oh mein Gott. Also in Skyrim weiß ich jetzt nicht, aber in Real Life ist es 22 Uhr 44. Warum zeigt meine Uhr Viertel vor zwölf an? Ach ja, ich hab eine Stunde vorgestellt. Oh, das muss ich auch, das muss ich wohl noch erledigen. Meine Schwester hat mich dran erinnert. Also deine, also. Aber so cool. Ich weiß nicht, wie ich danklaufen soll. Ja, genau, unsere Schwester, unsere Schwester. Ja, Rassix. Ich weiß nicht, was ich mache. Ach, wir sollten zu diesem komischen, äh, warte mal, wo ist die Karte? Da ist die Karte. Wir sollten, äh, sollten, was? Wo ist das? Verarsch mich nicht. Ich weiß nicht, wohin ich gehe. Aber ich bin nicht, nicht hier. Wohin muss ich? Das weiß ich leider nicht. Ich weiß nur, dass Sven cool ist und dass du ihm mal Hallo sagen sollst von mir. Ach, Sven muss ich ja noch Hallo sagen. Sven, wo bist du? Komm mal her, du. Du Schwein. Perversling. Du notgeiles Wildschwein-Ding. Wie krass, ey. Was ist los mit Sven? Er steht vor mir und... Warte, bin ich. Und? Hallo, Sven! Ich soll dir Hallo sagen von mir. Hab ich gemacht. Bist du glücklich? Er hat blauer Augen. Ja, ja, jetzt bin ich sehr glücklich. Oh, das freut mich. Und ich rede jetzt mit so einer komischen, äh, ich wollte gerade was Böses sagen. Äh. Wieso hast du gestoppt? Sag's doch einfach. Ich wollte, ähm, Schlampe sagen, was ist irgendwie... Was mache ich da? Ich zauber. Das ist voll böse. Ich dachte erst, es ist ein Kerl. Los, zauber sie alle weg. Ich kann nicht zaubern, ich kann nur... Doch, scheiße, ich kann zaubern. Warte, 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 ich krieg das hin. Wenn ich jetzt... Was hab ich gemacht? Alles wegen dir. Oh. Wo ist meine Waffe? Ich find die nicht mehr scheiße. Alles wegen uns. Ja. Oh mein Gott, noch schlimmer. Ich bleiche immer ganz schön. Wenn ich einen Fehler mache, machst du doch auch einen Fehler. So sind wir alle beide schuld. Oh mein Gott, das ist... Noch viel schlimmer als einfach nur so. Bei den Göttern. Was für eine Magie. Ich heil mich selbst und dann... Keine Ahnung. Sagt er komische Sachen zu mir. Deswegen muss er jetzt sterben. Er ist bestimmt dagegen. Ja, deswegen muss er jetzt auch sterben. Was kann er da denn bitte sagen, wenn ich hier irgendwie... Er stirbt jetzt. Ich kann keine andere... Ich hab keine... Du entscheidest einfach so über Leben und Tod. Ich glaub, das wird eine sehr behinderte Folge, weil ich irgendwie keinen Fortschritt mache, aber... Oh, ich bin tot. Ich küsse den Boden, hallo, ja? Wie krank. Du musst Fortschritt machen. Ja, ich hab den Boden geküsst, hallo? Ich sag dem endlich mal, dass ich ihn voll Ehre und so. Oh, so ist das. Ja, ich find meine Sachen irgendwie nicht. Ich hab keine Waffen mehr. Cool. Das ist nicht cool. Hä, warum hab ich das nicht bei den Favoriten? Wollt ihr mich verarschen? Dankeschön. Ist jetzt wieder alles in Ordnung? Weiß ich nicht. Ich bin verwirrt. Eins. Wo ist mein... Zwei. Nein. Doch. Okay, warte, dann muss ich das jetzt suchen, damit ich eine Zwei hab. Ähm... Alter Nordbogen. Genau. Favoriten. So, jetzt bitte. Zwei. Wo bist du? Ach, da. Ich bin total verwirrt. Hallo, na? Wie geht's dir? Sehr gut, und dir? Auch sehr gut. Muss es ja, ne? Das freut mich. Mich auch. Ich weiß nicht, was hab ich denn letzten Dings da gemacht? Ich kann nicht reden. Es ist spät abends und... Äh... Das klappt schon mal wieder. Das wird schon wieder klappen. Ich werd jetzt einfach irgendwo anders hinreißen, ne? Okay. War ich schon in Einsamkeit? Scheiße, nein. Einsamkeit ist voll cool, da gibt's voll geile Quests. Dann will ich mich da irgendwie hin teleportieren, aber ich kann nicht. Doch, doch, du kannst, ähm, zu so nem, äh, wenn du, äh, wenn du in Wild... Nein, äh, Weißlauf bist, so vor Weißlauf kannst du so, so ne Pferdekutsche nehmen und die bringt dich sofort zu dieser Hauptstadt. Wo ist Weißlauf? Wo ist Weißlauf? Hallo? Wo bist du? Na, na, na. Das ist da, wo auch, äh, wo auch der, äh, der Drache so ganz am Anfang war. Ah. Ja, da möchte ich jetzt hin. Yay. Zum Glück kann man das. Sonst wär ich schon irgendwie verzweifelt. In die Luft gesprungen und wär nie wieder runtergekommen. Dann müsstest du den ganzen Weg lang laufen. Oder springe. Spring geht auch. Spring ist lustig. Ja. Hm. Und da ist ja auch mal ein fliegendes Pferdchen, ne? Könntest du den auch mal ansehen. Joa, cool. Das Pferd ist voll Gangnam Style. Mhm. Milchstrudel. Hat den besten Namen. Boah. Hast du das Milchstrudel genannt? Ja, ich liebe Milchstrudel. Aber es hätte scheiße. Milchstrudel, cool. Ja, leider. Hm. Ja, könntest du vielleicht mal schneller laden? Äh, ich geb mir mal, ich geb mir Mühe. Ich streiche grad den PC. Oder betatsche ihm, was weiß ich. Oh, cool. Oh, es regnet. Oh, scheiße. Oh, das hast du jetzt. Das hast du dir jetzt selbst ausgesucht, ne? Ja, das ist meine Schuld. Nein, wir müssen fliehen. Da kommen komische Leute, die wollen mich anspringen. Geh weg, danke. Wir müssen zurück zu den Regenbogen flüchten. Ich finde ihn bestimmt nicht. Nein. Doch, wenn es regnet, siehst du ihn. Warte, ich guck gleich mal. Sind da dann auch diese Glückspärchen? Ich hoffe. Oh nein. Noch viel schlimmer. Dann. Das macht die ganze Sache noch viel, viel brutaler. Mhm. Oh mein Gott, wir kriegen so viele Klicks auf dieses Video wegen diesen Glückspärchen. So, ähm. Nö, ich sehe nur komische Gesichter im Himmel. Das ist eine Rippe. Cool. Ähm, wo ist denn die Kutsche? Ich glaube, ich finde sie eh nicht. Ähm, die ist irgendwo bei den Stellen. Also, es ist so eine Kutsche, wo ein Pferd, also steht ein Pferd vorne drin. Weil, weißt du noch ganz am Anfang, als die so einen Sklaventransport hatten mit dir. Ja, genau so eine Kutsche ist es. Okay, ich werde mir Mühe geben, die nicht zu übersehen. Also, du gehst aus Weißlauf raus und dann so nach unten links irgendwie. Okay. Es gibt so lauter Bauernhäuser und dort irgendwo bei den Bauernhäusern ist auch so, äh. Eine Kutsche. Genau. Zum Glück habe ich dich, ne? Ja, der Eye Navigator. Oh ja. Oh, hier ist mein Pferd. Pferd von Vanessa. Tschüss Pferd, ich verlasse dich jetzt. Hier ist sie ja. Hallo Kutsche, nehme ich mit, ich mag dich. Du musst mit dem Kerl da reden und ihm dann Geld geben. Es ist recht spät, ich bin schon reingegangen. Oh. Und wo geht's jetzt hin? Nirgendswohin, weil ich irgendwie erst bezahlen muss, scheiße. Manu. Ja, dann rede ich halt zuerst mit dir. Du bist doof, du. Komisches Ding. Oder ich klau da ein Pferd. Dein Böse Klaus ist der Böse und der nimmt dich nie wieder mit. Der hat aber lange Haare, das sieht voll komisch aus. Das sieht irgendwie so aus wie so ein böser Kerl, der so im Wald abends auf jemanden wartet, um den zu überfallen. Ja. Oh, das Einsamkeit war das, ne? Ja, genau. Einsamkeit. Wieder hinein? Oh mein Gott, du bist so ein Stalker, ne? Der hat Augen am Hinterkopf. Ich bin doch kein Stalker. Na, nee, gar nicht. Nein. Wir sind ein und dieselbe Person, ich kann dich nicht stalken. Doch, wenn du auch ich bist, dann stalkst du mich die ganze Zeit, mein ganzes Leben. Ja, weißt du, wie schlimm das ist? Oh mein Gott. Dann stalkst du mich doch auch. Ich glaube, ich verklart mich selbst. Es geht zu weit. Wie sollen wir das denn abbezahlen? Ich habe hier ganz viele Quellbrunns. Das wird schon irgendwie gehen. Plus Erdbeer, ja? Oh nein, Quellbrunnen, das ist böse. Ja. Und auch ein paar Apfel, aber naja, ich glaube, die sind schon weg. Oh nein. Geflohen vor dir selbst. Oh mein Gott. Oh nein. Ja, das geht einfach nicht anders. Das ist so schlimm. Mhm. Ich habe jedes Mal wieder Angst. Mir kommen echt die Tränen jetzt scheiße. Nein. Oh Gott. Oh, Tränchen geht weg. Och, Manu. So, wir sind jetzt angekommen irgendwie. Okay, cool. Er verschränkt die Arme. Was soll das denn heißen, Alter? Er hasst mich. Cool. Ich schleiche auch so, wenn immer. Das wollte ich nicht. Ups. Uuuh. Skyrim ist scheiße. Äh, toll. Das Spiel ist voll riesig. Warum let's play ich das? Ich weiß es nicht. Ich weiß doch, du hast es irgendwann mal zu mir gesagt. So, ich würde das gerne let's play. Und ich so, ja, mach ruhig. Es ist bestimmt lustig, wenn du das spielst. Und es ist auch lustig. Ja, klar. Ich komme nicht weiter. Ich beleidige komische Leute und verliere gegen die Drachen tausendmal. Das ist aber lustig. Ja, lustig. Genau. Na. Ich bin die Königin von Einsamkeit. Aha, aha. Ist das ein Lied? Nein. Tochter des Kaisers. Ich kann das Wort nicht aussprechen, also lass mir es einfach sein. Okay. Ja. Genau. Hm. Ja, es geht immer so lange. Ich weiß auch nicht, wie lange ich schon aufnehme. Hm, ich glaube, du nimmst jetzt schon seit zwölf Minuten oder so auf. Das ist schon eine gute Zeit. Oh, äh. Ach so, der wird jetzt sterben. Und der Typ, ne? Kennst du die Stelle noch? Äh, ja, die kenne ich, glaube ich. Soll ich ihn leben lassen oder? Der kriegt so einen Kopf abgeschlagen oder so, ne? Soll ich ihn retten oder nicht? Ja, rette ihn. Nein, nicht retten. Dann hauen dich die Wachen tot. Ich mag keine Wachen. Aber du musst die alle leben lassen, sonst kommst du nicht mehr weiter dort. Okay, ich höre auf dich. Ich vertraue dir. Ich glaube, es gibt einen Weg, den zu retten, aber ich halte es jetzt nicht mehr wie. Also Marco hat ihn irgendwie gerettet. Ich weiß nicht wie. Oh. Es gibt einen bestimmten Weg. Ach, ich lasse ihn einfach sterben, Alter. Der hat es bestimmt verdient. Ja, also ich glaube schon, dass er nicht ohne Grund einfach dorthin gehängt wird, ne? Oh, ich komm den mal besuchen. Ich geh mal nach oben und... Oh, jetzt habe ich ihn befreit, weil ich noch umgegangen bin. Oh, aus Versehen. Oh, oh, oh. Ich wollte doch nur euch beobachten und was lernen. Leute, jetzt beruhigt euch doch mal. Leute, das finde ich echt nicht nett für euch. Wieso hauen sie dich jetzt? Sie mögen keine Frauen, sie sind frauenfeindlich so. Haben sie dich getötet. Oh, ich habe Sven getötet. Scheiße. Sorry, Leute. Sie, du hast Sven getötet. Das wollte ich nicht, er ist eh nicht verbrannt. Oh, voll mies, ey. Wieso verbrennst du Sven? Schmeckt bestimmt lecker, hm? Gebratener Sven am Spieß. Noch ganz frisch. So, dann bleibe ich jetzt unten und gucke zu. Dann beeilt euch aber, Leute. Okay. Sind die keine Kinder, was? Was, haben da auch noch Kinder bei der Hinrichtung zugesehen? Nee, ich glaube, die hauen gerade ab. Oh, das wäre voll mies, wenn sie die Hinrichtung so mitkriegen würden. Ein bisschen, hm. Dann wissen Sie schon mal, wie es später ist, wenn sie da selber sind. Ja, werden bestimmt alle auch irgendwann mal hängen, doch. Hm, das auf jeden Fall. Oh, Leute, beeilt euch. Ich bin auf zu labern. Ach, sie haben Ulfric... Was? Ulfric Sturmantel oder irgendwie so. Ulfric Sturmantel, ne? Er hat ihn gerettet oder getötet? Ich hab's gerade irgendwie nicht so... Doch, er hat ihn getötet. Oh. Yay. Alter, wer hat mich geschubst? Ähm, es war der... 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 Siegfried. Es war Ta'ari oder... Rede mit mir. Lol. Es sind immer die anderen, ne? Ja, und die hat so einen Herzchenkopf. Geh weg, du bist grü... Ich mag Grüne, komm her. Achso, okay. Dann halt nicht, Mädel. So. Ich hab kein... Doch, ich hab Popcorn sogar hier. Ich könnte jetzt irgendwie Popcorn essen und dabei... Ja, ne? Zugucken. Das ist ja voll cool. Und... Ey, dann krieg ich aber auch was mit, ne? Ja. Oh, da rollt der Kopf. Oh. Darf ich den Kopf mitnehmen? Dann will ich meine Wohnung nehmen. Ich glaub, den kannst du sogar aufheben, den Kopf. Ich kann ihn durchsuchen. Oh, cool. Mach ich später, wenn keiner mehr da ist. Hat der was bei sich? Ähm, warte. Wo ist der Kopf? Wo ist der Kopf? Hallo, Kopf, jetzt geht's nicht mehr. Nein. Eben ging's wieder. Warte. Warte, noch länger. Ähm. Da auch, dann lass einfach sein. Ein Amulett von Talos. Oh, nimm's mit. Oder ist es so ein Diebstahl? Ähm, nö. Ich glaub, die sind froh, wenn da jetzt irgendwie alles... Du siehst aus wie ein Zombie. Den will ich mitnehmen. Oh, bist du krank? Wieso? Der in den Augen und... Ah, ach so. Ich dachte, die würden sagen, du würdest aussehen wie ein Zombie. Ach so. Ja, das wäre auch möglich. Alles ist möglich. Toyota. Schleischwerbung, Schleischwerbung Toyota, Schleischwerbung für Toyota. Ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Ja. Jetzt werden wir alle verklagt, weil andere jetzt eifersüchtig werden. Ganz genau. Lederstreifen, oh mein Gott, die brauch ich unbedingt. Leder. Lederstreifen brauchst du echt oft? Nö. Ach, dann kannst du immer wieder neue Rüstung schmieden und so den Schmiedeskill auf Maximum. Ne, das kann ich nicht. Ich hab's schon mal versucht, aber irgendwie ist das nix für mich. Äh, ja. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen muss. Ich glaub, ich beende gleich die Folge, weil ich irgendwie irgendwo langlaufe und irgendwie keine Ahnung hab, was ich machen soll. Weil du mich verwirrst. Du musst irgendwie so eine Frau finden, ne? Oder... Du bist eine Frau. Moment. Ähm. Du musst irgendwie so... Wie hießen die nochmal? Diese Elfen da finden. Diese Elfen? Ja. Meinst du diese grünen Viecher? Nein, lass mich mal kurz überlegen. Das sind diese, ähm... Ach, wie hießen die nochmal? Die musst, äh, du musst irgendwie so... Ähm, hast du schon diese Quest mit den Klingen gemacht? Welche Klingen? Äh, du musstest ja den Drachen ganz am Anfang mal da besiegen bei dem Turm. Ja, es wäre möglich. Ja, ja, genau, genau, genau. Und danach hattest du so eine Quest, dass du irgendwie irgendwo hin musstest. Ja? Da hast du ja diese Frau da getroffen. Mein... Na, ich will jetzt nichts irgendwie spoilern oder so wegen den anderen... Ach, die... Jeder kennt Skyrim eigentlich jetzt, ne? Ja. Du meinst nicht diese Delfine da, oder... Doch, doch, genau die. Ne, bei der war ich noch nicht. Ach, du musst zuerst zu der gehen, ehe du nach, äh, Einsamkeit musst. Ne, ich geh erstmal in den Brunnen, ja? Ja, wieso erstmal den Brunnen? Weiß ich nicht, weil hier ein Brunnen ist und ich grad irgendwie nicht mehr rauskomme. Scheiße. Okay, jetzt. Also du musst zuallererst zu dieser, diese Quest mit Delfine machen und nach Delfine danach anfangen. Wo ist die denn nochmal? Ähm... Oh, jetzt hab ich da ein Ding gesetzt. Nein! Ähm, wo war das nochmal? Guck mal, das war es jetzt. Ähm, war die nicht in... 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 Warte, ähm, ich find's nicht. Scheiße. Ähm... Flusswald? Nein, nein, nicht Flusswald. Ähm... Du musst irgendwie in das Ödsturz-Hügelgrab oder so. Oh mein Gott. Da, wo du irgendwie auch... Keine Ahnung, das ist so lange her. Ich geh da jetzt einfach hin. Aber auf jeden Fall, äh, die hat doch irgendwie sowas gegen diese Talmor-Bruderschaft. Äh, ja, das wäre möglich. Ich kenne mich nicht so gut mit Skyrim aus, also... Ja. Ich glaub, du hast recht. Du hast immer recht. Du bist ich. Also, scheiße, das ergibt keinen Sinn. Weil ich nie recht hab. Oh. Oh. Und jetzt? Schneesturm. Schneesturm. Oh nein, das ist böse, oder? Ja, und mein Pferd ist auch wieder da. Dann geh ich jetzt mit meinem Pferd da irgendwo lang. Und reite Gegner um, wenn hier Gegner sind. Hier ist ein Drache. Was zum Nein. Nein, kein Drache. Was zum Nein. Ich will keinen Drachenkampf jetzt hier haben. Ich lauf weg. Flieh, Pferd, flieh. Springen die Treppen hoch. Alter, es... Genau, lande erst mal... Mein Pferd hat wieder Komplexe und steht einfach so in der Luft. Warum steht... Komplexe? Das geht doch gar nicht. Mein Pferd steht in der Luft. Oh Gott. Was zum... Ich liebe dieses Pferd, weißt du das? Ja, schon. Oh Mann, no. Wieso hast du das Pferd nicht Günther genannt? Ich kann's immer noch umnennen, wenn du willst. Okay. Soll es Günther heißen? Ja, gerne. Okay, du hast einen Günther. Günther Milchströbel. Geiler Name. Günther Milchströbel. Das ist cool. Ähm, ich würde es nicht gegen diesen Drachen kämpfen, das könnt ihr alle voll vergessen. Der Drache will nicht töten. Ich würde es hier... Totspring... Ich springe meinen Tod, ich springe meinen Tod, warte. Yay! Du hast dich gerade selbst getötet. Nein, ich schaff's gerade... Ich schaff's nicht, mich umzubringen, das geht nicht. Dann warte ich so lange, bis Sven tot ist. Wo ist denn der Drache hin? Oh, der Drache tötet mich. Du darfst Sven nicht einfach so sterben lassen. Ja, wenn er nicht richtig kämpfen kann, ist das seine Schuld. Boah. Nein, ich bin immer nett zu ihm. Ich liebe Sven, aber... Was? Was? Du liebst Sven? Nein, nee, ich liebe ihn nicht. Oh. Ich liebe diesen Drachen, der mich gerade versucht irgendwie einzufrieren, ne? Ja. Aber ihm gelingt es nicht, weil ich ein Pferd habe, das Günther heißt. Deswegen bin ich unbesiegbar und springen die Klippe runter und ich sterbe jetzt. Wenn ich tot bin, mache ich die Aufnahme aus. Was? Ja. So, ich bin tot, ne? Also, sag es noch was Nettes zum Abschluss? Okay. Und wer macht den Abschluss? Du oder ich? Na du, also ich, du. Ähm, ähm, also dann sag ich mal, danke fürs Zusehen, Leute. Ähm, voll geil, dass ihr die ganze Folge mit zugesehen habt. Und äh, bis zum nächsten Part. Bye. Ciao.